Gute Nachrichten. Rentenversicherung hält Wort. Rentenzuschlag bis 7,5% wird ausgezahlt. Erste Rentenbescheide trudeln ein. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Das Thema Rentenzuschlag bis 7,5% ist wirklich ein Riesenthema. 3 Millionen Menschen in Deutschland sind begünstigt und sie warten alle auf den Extra-Rentenzuschlag. Nochmal on top obendrauf auf die Rentenerhöhung. 4,57% kann es ja dann für den Einzelnen von Ihnen nochmal 7,5% extra obendrauf kriegen. Ja und ein ganz, ganz großes Thema ist die Frage, wann geht die Zahlung los, wann wird die Kohle gezahlt, kommen die Bescheide und so weiter und so fort. Und ich habe, dazu bekomme ich jetzt in den letzten Tagen wirklich Massen an E-Mails mit, einfach nur mit freudigen Botschaften. Ja Knöppel, Sie haben recht gehabt. Ja, der Bescheid ist da und dann kriege ich sogar den Bescheid noch zu sehen. Daumen hoch an alle, die bis jetzt den Bescheid bekommen haben. Und hier habe ich auch eine Mitteilung, wo der Kunde sich wirklich freut. Der hat gesagt hat, ja, ich habe die Zuschläge zur EM-Rente und zur Witwenrente, also der hat eine Zweifach-Rente, die davon umfasst ist, bekommen. Die Deutsche Rentenversicherung hat Wort gehalten, Ihnen eine rentenstarke Woche. Natürlich wünsche ich Ihnen das auch alles zurück, eine rentenstarke Woche zurück. Und ich kann nur sagen, ich habe die ersten Bescheide gesehen, Sie trudeln langsam ein und die ersten Zahlungen sind auch schon angewiesen. Das heißt also, Deutsche Rentenversicherung und die Träger der Rentenversicherung und der Post-Renten-Service halten Wort und lassen Sie offensichtlich hier nicht hängen. Also meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche und bitte viel Wasser trinken und Flüssigkeit zu sich nehmen. Es wird ein schweißtreibendes Wochenende, denn wir bekommen eine große Hitzewelle in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.